Die Zeit der Reformen ist vorbei. Dieses Land, die Bundesrepublik, die ihr so lieb gewonnen habt, ihr Ende ist absehbar. Wir stehen hier in der Tradition der demokratischen Revolutionäre von 1848. Diese Leute damals waren die ersten deutschen Demokraten, die gefordert haben, was auch wir fordern. Denn das ist der letzte Weg, der uns hier noch bleibt, bevor dieses Land in eine Diktatur abgleitet. Wir fordern eine neue Verfassung für Deutschland. Und dafür brauchen wir Republikaner, echte Republikaner. Wir brauchen euch. Deswegen, ich fordere euch auf, werdet deutsche Revolutionäre. Erinnert euch an eure Vorväter und Mütter 1848, die haben es uns vorgemacht. Damals sind wir gescheitert. Diesmal müssen wir gewinnen. Wir müssen eine deutsche Revolution machen. Deutschland braucht eine neue Verfassung, einen neuen Sozialvertrag, damit wir rauskommen aus dieser Visionslosigkeit, aus diesem Tabu, in das uns die Bundesrepublik eingeschlossen hat. Wir brauchen eine dritte Republik. Und die wird es nicht geben ohne Republikaner. Deswegen fordere ich euch auf, ihr sollt verdammt nochmal deutsche Revolutionäre werden.